Alle Jahre wieder, auch heuer, darf ich Sie im Namen der Quality Austria recht herzlich zu unserem 24. Quality Austria Forum in Salzburg einladen. Wie immer haben wir sehr, sehr starke und profunde Referenten eingeladen. Wir haben also Qualität als Erfolgsfaktor für die österreichische Wirtschaft auf dem Programm. Wir werden das Thema Mail-Kommunikation auch mit einem Schuss Humor behandeln. Wir werden also die Tragweite der Entscheidung diskutieren. Aus dem Fokus der Thematik Sicherheit heraus, geht nicht, gibt es nicht. Das ist also aus dem Leistungssport glaube ich nicht wegzudenken. Und wie Sie wissen, wir versuchen immer den Kontext auch zum Leistungssport herzustellen. Und wenn Sie das Günther-Prinzip interessiert, also wenn Sie hier mit dem Thema Motivation noch eine schöne Abrundung finden werden, dann glaube ich, dass wir einen sehr spannenden Tag erleben dürfen. Nachzulesen unter qualityaustria.com.forum2018 das Forum 2018 Das Forum 2018